Dad-Move. Ja, ja. Genauso wie der hier. Man sitzt so hinten und dann kommt er hier. Oh, da musst du so deine Nick-Macks abgeben oder so. Junge, 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 die Schaufel, Alter. Und immer Klassiker, Junge. Man erblindet halt, wenn es Licht an geht. Aber das sind so Sachen, so wir wissen alle, was das Bullshit ist, aber ich werde die als Dad hundertprozentig auch machen. Hundertprozentig. Wenn die Kinder hinten Licht an machen, würde ich sagen, Jungs, beeilt euch bitte, ich sehe nichts mehr. Einfach nur, um abzufacken, Digga. Einfach um das Klischee weiterzufühlen. Einfach aus Prinzip, ja. Und dann immer, wenn man so rückkehrs fährt, wenn man 40 Jahre älter ist, dann darf man nicht mehr so rückkehrs fahren. Sondern man muss so machen und so hinter diesen zweiten Kopfdingen hier so hinter und dann so. Immer, Junge, das ist super wichtig. Sonst macht man irgendwas falsch. Und man muss immer sagen, dass die Kinder am Weg sind hinten und man sieht nichts.